So, im heutigen Twig-Tutorial möchte ich dir zeigen, wie du diesen Block, den ihr kennt, nämlich TNT, herstellst, wie er ausgelöst wird und wo wir die Ressourcen herkriegen, die wir brauchen, um ihn herzustellen. Also, bleib dran! So, wie du siehst, habe ich mir hier schon so ein kleines Labor aufgebaut mit Grundgestein, denn wir wollen ja nicht, dass aus Versehen etwas in die Luft fliegt und hier alles zerstört ist. Falls du es noch nicht gesehen hast, da hinten, die kleinen Dinger, wir haben leider noch keinen Optifine, deswegen können wir nicht zoomen, das ist unsere Flugmaschine. Wenn du sie noch nicht gesehen hast, kannst du sie dir auch gerne angucken, ich habe sie unten im Video verlinkt und auch in den Kommentaren. So, wie stellen wir jetzt TNT her? Den beliebten Block, den jeder gerne benutzt, um seine Freunde zu trollen oder um schnell zu meinen und alles kaputt zu machen? Ganz einfach, wir brauchen einmal eine Werkbank, dann brauchen wir handelsüblichen Sand, den du überall herkriegst, wie du wissen solltest, machen einmal so ein Quadrat und dann müssen wir den Rest mit Schwarzpulver füllen. Ganz easy. Und schon haben wir einen TNT-Block, wie man hier sieht. Wo kriegt man Schwarzpulver her? Zum einen, Droppenhexen ist, Garstsdroppen ist und der allseits beliebte Creeper. Also, könnte man zum Beispiel auch eine Creeper-Farm bauen, sodass man ohne Ende von dem Schwarzpulver kriegt und ohne Ende TNT bauen kann. Die drei Kollegen droppen Schwarzpulver, da kriegt man es am schnellsten, würde ich sagen, vom Creeper her. So, wie wird das Ganze jetzt ausgelöst? Ganz einfach. Wenn man es einfach so abbaut, man kann einfach drauf hingehen und das Ganze hier mit der Faust abbauen, es passiert nichts. Wie man sieht, jetzt sowieso nicht, weil ich im Kreativmodus bin. Du kannst aber auch mit jedem Werkzeug hingehen und es abbauen, es passiert nichts, solange das Ganze kein Signal bekommt. Das da wäre entweder ein Signal aus einer beliebigen Redstone-Quelle, die zum TNT geführt wird. Da muss ich gucken, ein Feuer, das an das TNT gelegt wird, durch ein Feuerzeug, eine Feuerkugel oder Lava. Dadurch wird es auch ausgelöst und explodiert. Oder durch die Druckwelle von einem Creeper, der in der Nähe explodiert. Dadurch wird der ganze Käse ausgelöst. Wir können ja mal gucken, das kann zum Beispiel auch ein Hebel sein. Ich mache mal lieber hier hinten hin. So, gucken wir mal. Wo ist es? Hier ein Hebel, wieder super vorbereitet. Man sieht, es wird ausgelöst. Und explodiert. Gott sei Dank nichts kaputt, weil wir hier alles mit Bedrock gemacht haben. Super. Gehen wir hin. Kaputt. Wir können ja nochmal das Ganze ausprobieren mit Slash-Game-Mode. Nicht kreativ, sondern Survival. So, setzen nochmal einen hin. Man sieht, ich kann es einfach abbauen, ohne dass was passiert. Also, keine Angst. Natürlich, in natürlicher Form, kommt das Ganze auch noch in Wüstentempeln vor. Mit der Falle unten im Boden, wer das kennt. Dann gibt es noch eine Besonderheit. Und zwar eine TNT-Lohre. Die kennt auch jeder. Man nimmt eine normale Lohre in der Werkbank, setzt die unten in die Mitte. Einmal TNT drüber und hat eine TNT-Lohre. Die kann man dann hier auf die Schienen setzen. Nur jetzt bitte nicht auslösen. Wir sind ja noch im Kreativ-Survival-Mode. So, das war alles zum TNT. Wenn du noch Fragen zum TNT hast oder andere Ideen, was wir mal präsentieren könnten oder bauen könnten, dann hau sie in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Und ich würde mich freuen, dich im nächsten Video wiederzusehen. In diesem Sinne. Ciao mit V.